Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team Und es gab jetzt leider nicht am zweiten Weihnachtsfeiertag noch einen Pack, wenn ihr es richtig seht Ja, schade, schade, aber ich habe mir Informanzukic gekauft oder wie ihn Freunde nennen dürfen Informani oder wie ich ihn gerne nennen Informani Pacquiao Und da ist er auch schon Informani Pacquiao Ich bin gespannt, ob er so krass ist, wie gesagt, der normale Mandzukic hat sich schon geil angefühlt, auch wenn nicht ganz so geil wie Morata Die Info könnte also nochmal einen Tick geiler sein, wir schauen aber erstmal, ob es ein Online-Turnier gibt, das wir spielen können, also ein neues Boxing Day Bash hatten wir schon gesehen, das ist nichts für uns Und We Three Kings, das klingt doch auch wieder nach Also drei Löwen ist es nicht auch England eigentlich, exakte Spieleranzahl von FC Barcelona Sechs in Startelf und Auswechslung der Mannschaft Exakte Spieleranzahl von Real Madrid Sechs Ja, und exakte Spieleranzahl von Bayern, okay Ja, also Und dann gibt es noch 5000 München, das spielt doch niemand, also wenn man nicht durch Zufall gerade so eine Mannschaft hat, das spielt doch niemand, dieses Turnier, 5000 Coins Naja, ich bin halt ganz, ich würde sagen, ich bin 100% fit, zumindest glaube ich das, ich bin ein klein wenig müde, aber ich habe einfach so Bock, Money auszuprobieren Deswegen scheiße ich da jetzt drauf, wir machen jetzt trotzdem das erste Spiel in der Liga 2, Liga 2, juhu, in der Liga 2 erstes Spiel, ja, in Form Money Und ich hoffe natürlich, dass er sich richtig, richtig geil spielen lässt und wir alles wegbumsen damit Ähm, mein FIFA-Freund, der testet halt gerade, also der wollte sich dann auch in Form Money holen, aber der testet gerade in Form Bacca Und er hat halt gesagt, in Form Bacca, absolutes Monster und er kann sich kaum vorstellen, dass in Form Manzugit sich noch besser spielen lässt als in Form Bacca Und Aus diesem Grunde Aus diesem Grunde werde ich natürlich, wenn Manzugit nicht funktioniert, mir mal in Form Bacca holen Manzugit habe ich super billig bekommen, es waren wieder irgendwelche Special Packs unterwegs Also ich bin jetzt noch in dem Zeitraum, wo in Form Manzugit gezogen werden kann Und durch die Special Packs, okay, ein kleiner Pace-Home-Sturm mit Storage und Remi, die sind natürlich schnell Auch Shaqiri und Links Walker sind nicht die langsamsten Ich hoffe mal, das macht nichts Aber auf jeden Fall, ja, ich habe mir halt Manzugit für 28, also für knapp 29.000 gekauft, 28.750 Er war gerade so billig, er ist jetzt schon wieder teurer, also er ist jetzt schon wieder über 30.000 gestiegen Und da waren irgendwelche Special Packs wieder, die man ziehen konnte, das hat dafür gesorgt, dass er halt super oft auf dem Markt war Und dadurch konnten wir, oder konnte ich ihn halt recht preiswert kaufen Ich glaube, ich glaube, Info Bacca liegt momentan so bei Oh, fuck, da ist halt Naingolan genau falsch gelaufen und dadurch Ja, gutes Aufbauspiel bisher Ist halt komplett falsch gelaufen und dadurch gab es da die Möglichkeit Nicht mehr ihn anzuspielen Ja, Info Bacca liegt irgendwo zwischen 40.000 und 45.000 Ja, schönes, schönes Lackertor, hätte aber auch nur querlegen müssen Äh, also ich konnte hier nichts gegen machen gegen das Tor, ich würde nicht sagen Hier war halt einfach Glück, dass er sich hier wieder durch zwei Spieler durchwühlt Und dass dann natürlich der Torwart quasi Ja, das Tor zur Hälfte mit selber macht, war auch ein bisschen Glück Aber ich konnte erstmal dagegen überhaupt nichts machen Also ich kann mir zumindest keinen Defensivvorwurf machen Ich denke, ich stand ganz gut Habe ja auch das eine Mal, als er versucht hat Mit Ah, fuck, ich wollte eigentlich auch den Weiter oben einspielen Ah, scheiße Das ist halt, ja, Hernanes hat ein bisschen lange gebraucht, um den Ball anzunehmen Und dann ist halt auch der Kollege da ein bisschen merkwürdig gelaufen, wenn ich ehrlich bin Ach man, so geht mir den Ball einfach mit Und dann macht es bisher halt nicht schlecht Also da wird nicht einfach zu besiegen sein, das weiß ich jetzt schon Aber so natürlich nicht geplant, sollte klar sein Standard gut, aber ich habe es dann trotzdem noch geschafft Ihm, den Ball da abzuluchsen Boah, das war schlecht getribbelt von mir und gut verteidigt von ihm Den Ball hatten wir eigentlich schon fast Man macht das nicht schlecht, guter Aufbau Das war glücklich für uns auf jeden Fall So, erster Ball, bis man zugeht, sollte natürlich zu Naingolan gehen Aber er hat wahrscheinlich schlecht gezielt Also da mache ich jetzt dem Gegner keinen Vorwurf Boah Wir kommen wieder etwas leicht glücklich zum Abschluss Aber es ist auch nicht so, dass er jetzt total unverdient hier 1-0 führt Ich hatte bisher keinen Abschluss Aber wie halt, ja, das Tor da zustande kam, das war schon ein bisschen glücklich Also, aber gut Ich denke, ich gehe mal auf hoher Druck Ich komme gerade nicht so wirklich Ich bin gerade auf Offensiv gegangen, statt auf hoher Druck Äh, ich werde mal auf hoher Druck gehen, weil Ich nicht so ganz klar kommen Dauert natürlich zu lang mit dem Pass Aber er kommt trotzdem scheiße Also, ja, ich habe gehofft, dass Maingolan etwas eher zum Pass kommt Vielleicht hätte ich Einfach ihn nicht anspielen dürfen, aber trotzdem So Ich hätte halt wenigstens gerne mal einen Abschluss oder so Vielleicht kann ich ja mal über eine Flanke probieren Ich meine, das sollte Manzukic ja können Und das war natürlich Aber wie gesagt, das kenne ich Habe ich auch schon gemacht Dass man einfach zum Tormann zurückspielen wollte In der Hektik und Äh, dann eben Ins eigene ausschießt So, wo ist denn Manzukic? Ich sehe ihn gar nicht Ist das der in der Mitte? Ich würde fast sagen, nein, oder? Ah, viel zu dicht an Ans Tor Also, der spielt auf jeden Fall nicht schlecht Ich würde es Oh, ich bin so blöd, ey Ich hätte ja nicht gedacht, dass man Naingolan jetzt ist so ein Also, ich spiele gerade nicht Weil er ist ein Tick schlechter als der Gegner, würde ich sagen So insgesamt Würde ich denken Sind wir ähnlich stark Aber Ein Tick schlechter bin ich gerade im Spiel nach vorne auf jeden Fall Was? Der kommt? Das hätte ich nicht gedacht Ehrlich gesagt Greift mir nicht wirklich an Deswegen Lauf ich halt mal durch mit Lichtensteiner Lichtensteiner Hat ja einen ganz guten Flanke wert Also Flanken wert Aber Manzukic war Also es war nicht die Schuld von Lichtensteiner Die Flanke war ganz gut Schön an den kurzen Pfosten Weil der Torwart nicht hingeht Wie man gesehen hat Und Aber Manzukic stand halt einfach nicht da Also das Ja Wäre Manzukic schon da gewesen Dann Hätte er denke ich auch Einköpfen können Krass wie offensiv der steht Also ich finde der steht ziemlich offensiv Schwacher Pass von Ghedira Aber ich muss gerade ehrlich sagen Mein Zug ist dann schon wieder ein bisschen scheiße Komm Man Nuller ist der Innenverteidiger Das man mit vorne macht Ein bisschen Action Ich trottel hätte reinflanken sollen Mit dem kann ich doch nicht ins Tripling gehen Da kann er nicht trippeln Ja also bisher Für der Gegner hier auf jeden Fall verdient 1-0 Also ich komme überhaupt nicht Ich komme überhaupt nicht In den Angriff auf jeden Fall Vielleicht wird es in der zweiten Hälfte besser Mal schauen Wir werden dann vielleicht mal mit Pressing spielen Ich dachte halt Alter kommt noch vorbei der Ball Fuck man Wie so ein Idiot spiele ich hier Da läuft einfach die Anspielstation zu Und ich spiele halt trotzdem hin Oh das war doch kein Foul Schade ey Boah ich meine steht nur 1-0 Das ist wirklich das einzig positive Aber ich bin kein einziges Mal Irgendwie zum Abschluss gekommen Der Gegner steht einfach super gut In der Abwehr finde ich Im Mittelfeld Komm nicht durch Also Respekt an den Gegner Der macht es einfach gerade ziemlich gut Ich denke mein Defensivverhalten ist okay Aber mein Offensivverhalten geht halt Überhaupt nicht momentan Weil ich halt null durchkomme Ich spiele es auf hoher Druck Ich werde eigentlich nochmal auf Ballbesitz gehen Und auf Pressing Mal gucken Er wechselt drei Spieler Und ich liege hier gegen jemanden hinten Der drei Spieler wechselt Also Spieler wechseln in Ultimate Team Ist eigentlich total sinnlos Ist eigentlich sogar negativ Weil man damit halt Die Fitness von mehreren Spielern Schwächt Ohne dass sich die halt regenerieren Oh Der Ball muss doch rankommen Ach krass krass Wie die gerade jeden Ball Auf den Gegner pressen Das gibt es doch nicht Was für Dioden ey So jetzt gehen wir mal auf Natürlich ist der Turmant Rechtzeitig da Ich glaube Pressing habe ich jetzt eingestellt Jetzt gehen wir nochmal auf Ballbesitz Weil hoher Druck läuft auch nicht wirklich Oh die knappen Bälle landen aber auch alle bei dem Und bei mir ist es halt leider genau umgedreht hier Da kommt nicht mehr so ein Kurzpass an Also der Gegner spielt auf jeden Fall besser Aber ich bin auch gerade ein bisschen benachteiligt Ich habe das Gefühl mit den Pässen wieder hier Oh Man braucht nicht mal trippeln Meine Gegner Äh meine Spieler laufen einfach vorbei Nächste Ecke Also wenn ich jetzt hier noch irgendwie Einen Unentschieden schaffe Dann ist das absolut unverdient Zumindestens bisher Kann natürlich sein Dass sich das jetzt wieder irgendwann ändert Und dann nur noch auf einen Tor gespielt wird Das passiert auch manchmal Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen So Ah endlich mal ein bisschen Platz Ein guter Ball Auf keinen Dreh war Das muss doch Das war eine perfekte Eine perfekte Flanke auf Mann Zuckisch Das geht mir so auf den Sack Dass man in dem Spiel Nicht mal mit Kopfballsteigenspielern Kopfbälle macht Das ist zum Kotzen Das war Also wie gesagt FIFA 13 wäre es einfach So was von ein Tor gewesen Mit Mann Zuckisch Und es macht ja auch Sinn Dass ich da einfach so Ein extrem Kopfballsteiger Spieler Es muss ja nicht direkt ein Tor sein Aber dass er wenigstens Hochspringend Irgendwie an den Ball rankommt Nichts Aber das ist mir schon Ich habe am Anfang In Serie A Habe ich ja Mit Klose gespielt Klose logischerweise auch Mega Kopfballsteiger Und ich weiß Also ich weiß gar nicht Ob ich überhaupt mal ein Kopfballtor Mit Klose gemacht habe Ich glaube fast nicht Das weiß ich Also ich glaube nicht Hätte ich den Ball erst annehmen sollen Ja also das Weiß nicht Kopfbälle kann man einfach so vergessen Man hat halt immer mal ein Kopfballtor Aber das hat man halt auch mit Spielern Wie Chananuklu etc Die halt einfach Überhaupt nicht Kopfballsteig sind Komm einfach nicht zum Abschluss Das ist so traurig Halt auch schon wieder Ein totaler Kackpass Knapp Ich meine mein Spiel ist ein Tick besser Als in der ersten Hälfte Würde ich sagen Ich komme ein bisschen besser nach vorne Aber Total im Upside Was macht denn Manzugic Dann kommt man halt so nicht So ein Ball wieder nicht an Also mein erstes Gefühl ist Manzugic schlechter Also in von Manzugic schlechter Als Morata Was mir halt Wirklich massiv auffällt Ist ein Stellungsspiel Das war bisher Absolut eine Katastrophe Ey das kann nicht sein Wie er hier wieder Durch vier Mann durch Durchpassen kann Zum Glück ist ein Abschluss Dann schlecht Abseits Was Das war kein Abseits Warum ich mach das Tor nicht Also erstens hab ich gedacht Dass Hernanes halt so viel Platz hat Dass er sowieso jetzt noch Ein zwei Schritt gehen kann Davon mal abgesehen Aber ich hätt halt auch gedacht Dass es Abseits ist Oh ich vollidiot Und wenn man natürlich So eine Torchance Oh ich ziel wieder scheiße Wenn man natürlich So eine Torchance versaut Alter ich spiel grad nicht gut Klar aber Aber wie gesagt Ein bisschen Pech hab ich auch Aber gut Dann trifft es hier Diesmal den richtigen Das Glück des Tüchtigen quasi Fuck man ey Alleine mit Hernanes Aufs Tor zu Und nicht geschafft Das ist natürlich Kein gutes Zeichen Och man Dann Nur Druck wieder rein Das Schlimme ist halt echt Dass es nur noch ein Tod Was fehlt Also ich brauche noch ein Tod Für ein Unentschieden Das ist ziemlich krank Och ich Leg natürlich noch mal rüber Statt zu schießen Mit Lichtscheiner Als ob ich kein Tor machen will Natürlich bekommt er dann Wieder den Konter Och Ich will eigentlich auch Gar kein Tor schießen Weil ich nichts verdient habe Aber Ist halt so lächerlich Wie ich ja echt alles versau Es klappt auch nichts Ich meine Wahrscheinlich bin ich auch Gerade schlecht Indem ich hier 5 Spiele In Folge gewonnen habe In Liga 3 Kommt jetzt das Böserwachen In Liga 2 Erstes Spiel Och ich komme aber auch Nicht zum Abschluss Ey Ich meine Wenn ich da schieße Ist es halt eh kein Tor Sie haben halt irgendwelche Schreiten Die müssen halt auch mal schießen Aber Hallo Das war ein Kopfball Die darfst du in die Hand nehmen Trottel Was für ein dreckiges Scheißspiel Och Das ist ja richtig peinlich Gott Hab ich schlecht gespielt Ich bin einfach zu langsam Gerade Wahrscheinlich bin ich wirklich Zu müde Weil es war immer Diese Weiß ich nicht Halbe Ich meine Das Tor vom Gegner War trotzdem lächerlich Aber verdient Über Über das Lauf des Spiels Also über den Verlauf des Spiels gesehen Natürlich verdient Aber Ich glaube An dem guten Tag Gewinne ich auch gegen den Also ich war immer Diese Sekunde zu spät Und habe einfach Immer zu spät Überlegt Was ich machen will Ich werde auf jeden Fall Kein weiteres Video aufnehmen Das mache ich dann morgen Noch mal oder so Weil Ja Das wäre dumm Das wäre sehr dumm Dann würde ich jetzt Oder ich mache noch ein Video Und spiele halt eine Runde Turnier Will ich noch ein Video aufnehmen Dann müsste ich halt Einfach das Goldturnier spielen Welche Runde Ach so Dann weiß ich In der ersten Runde Okay Mal gucken Ob ich direkt Ein Gegner finde Moment Wenn ich jetzt direkt Moment Wenn ich jetzt direkt Ein Gegner finde Würde ich einfach Die Aufnahme beenden Und dann direkt Die nächste starten Und einfach mal Noch eins aufmachen Dann kann ich vielleicht Auch befreierter spielen Weil ich weiß Es geht um nichts Wenn ich verliere Verliere ich halt Ja ich sag so Das wirst du schon mal Liken, kommentieren, abonnieren Wenn es euch gefallen hat Ansonsten Daumen nach oben Dann wird man euch loben Euer Paxes Bis zum nächsten Mal Tschö tschö Und eventuell gibt es dann Beim nächsten Mal Ein Video mit dem Turnierspiel hier Oder es gibt es halt einfach Ein Ligaspiel Wenn ich wieder Nicht mehr müde bin Ah Turnierspiel Alles klar Bis dann Tschö 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 tschö